Für wie lange schafft es ein Teenager alleine in einem verfluchten Apartment zu überleben, welches einem nach dem Leben trachtet? Ich spiele mit allen Grundstücksherausforderungen und die haben es in sich. In 14 Tagen wird unser Teenager Kate zur jungen Erwachsenen und darf das Apartment dann verlassen. Allerdings muss ich als Kate einige Dinge erfüllen, damit ich mir ein Leben außerhalb dieses Höllen-Apartments auch ermöglichen kann. Der erste Tag ging mit einem leeren Magen im dunklen Apartment und den versprochenen zwölf Grundstücksherausforderungen. Und natürlich komplett pleite. Zu Beginn hatte ich direkt die ersten zwei Probleme. Ich hatte keinen Strom und keine Wasserversorgung, da ich abseits des Netzes lebe und Kochen war somit ein Ding der Unmöglichkeit. Und weil das Timing mich hasst, hatte ich auch direkt die erste Rechnung im Briefkasten, die ich natürlich nicht bezahlen konnte. Ich ging runter ins Viertel, um mich ins WLAN des U-Bahn-Hobes einzuloggen, um meine Anmeldung für die Highschool abzuschicken. Einer meiner Ziele ist nämlich ein Abschluss als Einsatzschülerin, damit ich später einen guten Job bekommen würde. Aber zunächst brauchte ich Geld. Da die Müllcontainer leer waren und ich sie so nicht plündern konnte, fing ich an zu singen, um ein wenig an Trinkgeld zu kommen. Doch alles, was ich bekam, war eine Fehlermeldung vom Spiel. Wow, danke. Ich weiß, dass mein Gesang verbesserungswürdig ist. Also Planänderung. Ich fand einige Posterkästen und Schneekugelkartons, die ich durchstöbern konnte, um so an ein paar Simoleon zu kommen. Und als hätten sie meine Gedanken gelesen, es fand ein Protest statt für mehr Geld. Allerdings war ich so nervös, dass ich direkt für das Falsche protestiert hatte. Hauptsache laute Wörter durch die Gegend brüllen. Anschließend fand ich einen Obst- und Gemüsehändler, bei dem ich erst einmal Rabatt aushandelte, um mir meine erste Ernte kaufen zu können. Wir müssen nämlich selber Sachen anbauen, um uns zu ernähren. Danach war auch genügend Müll vorhanden, um ein wenig abzutauchen. Vielleicht fand ich da ja Schätze, die ich zu Geld machen konnte. Und dann kam ein folgenschwerer Anruf. Tane, ihr wisst schon, der Pfadfinder von damals, meldete sich und wollte für ein paar Tage bei mir unterkommen. Ich dachte, er stecke vielleicht in Schwierigkeiten und natürlich wollte ich ihm dann helfen. Ich wusste schließlich, wie es war, obdachlos zu sein. Dass er dann allerdings seine ganze Familie, inklusive Kleinkind, mitbrachte, damit habe ich nicht gerechnet. Das sollte der Beginn eines Albtraums werden. Doch zunächst musste ich mich um ein Blasenproblem kümmern. Ich konnte mich schon gar nicht mehr richtig konzentrieren. Und schließlich die Sachen verkaufen, die ich im Müllcontainer gefunden hatte. Mit dem Geld konnte ich das Apartment etwas umräumen, um mir so ein Pflanzenzimmer anzulegen. Irgendwo muss das Gemüse schließlich wachsen. Dazu gönnte ich mir ein bequemeres Bett, welches super praktisch zum Ausklappen war. Und joa, vielleicht versuchte ich das Gepäck meiner Gäste zu Geld zu machen. Aber das brachte nichts. Ups, war doch nur ein Scherz. Als gute Gastgeberin versuchte ich mich natürlich mit meinem vorübergehenden Mitbewohnern anzufreunden. Das klappte eher so semi-gut. Denn aus irgendeinem Grund hassten die mich alle und ich hatte auch keine Möglichkeiten, mich wirklich gut um die Gäste zu kümmern. Ich konnte schließlich nicht extra für sie Möbel kaufen, wie zum Beispiel ein Kleinkinderbett. Beziehungsweise können schon. Aber ich wollte das nicht. Inflation und so. Ich gab das Konversieren dann auf und kümmerte mich liebevoll um meine Pflanzen. Die waren mir schon immer lieber als andere Sims. Als ich mir dann spätabends was zu essen machen wollte, stellte ich doch mal fest, wofür rustikales Leben überhaupt steht. Der Kühlschrank ist leer. Also kein Happer-Happer und mit knurrendem Magen ins Bett. Äh, oder auch nicht. Durch Abseits des Netzes konnte ich ohne Strom das Bett nämlich nicht ausklappen. Also noch einmal schnell das Bett ausgetauscht und endlich etwas schlafen. Bis mich das Kleinkind weckte. Ich legte mich einfach wieder hin und ignorierte auch diese Geisterparty vor der Haustür. Ich musste morgen schließlich zur Schule. Doch bevor der Schultag an Tag 2 für mich startete, startete ich mein Apartment mit Objekten aus, die für Abseits des Netzes geeignet waren. Das waren in erster Linie Kerzen und Öllampen. Einen kleinen Kamin gab es dann auch noch und ein Minibücherregal, damit ich das Hausaufgabenbuch kaufen konnte. Dann gab es am Fressstand meines Vertrauens ein kleines Frühstück und ich versuchte mit Ach und Krach die Hausaufgaben zu erledigen, ehe ich zur Schule musste. Wenn ich mir diesen Schinken so ansehe, wundert es mich auch überhaupt nicht, dass die Hausaufgaben immer so lange dauern. Bei der Schule angekommen, war ich erst einmal derbe enttäuscht, dass da das EA-Gebäude stand. Als ich meine eigene Schule platzieren wollte, ließ mich das Spiel aber nicht, weil gerade ein aktives Event war. Also eine hässliche Schule für den ersten Schultag. Ich meldete mich bei der Direktorin an, die aber nichts Besseres zu tun hatte, als in ihrer Arbeitszeit Sims zu spielen. Kluge Frau. Der Unterricht war wenig aufregend und auch meine Klassenkameraden machten keinen sonderlich spannenden Eindruck auf mich. Dennoch war ich nett und stellte mich wenigstens höflich vor. Dabei schnappte ich auf, dass am Samstag ein Schulball stattfinden sollte und ich hatte dafür nichts anzuziehen. Also führte mich mein Weg nach der Schule zum Second-Hand-Laden, um da ein cooles Outfit zu kaufen. Irgendwie konnte ich die aber vorher nicht sehen, also war es irgendwie ein Glücksspiel, ob mir das, was ich kaufte, auch wirklich stand. Zu Hause angekommen, kippte ich nach diesem Tag nur noch müde ins Bett, während meine Gäste sich die ganze Nacht lautstark unterhielten. Danke für die Rücksichtnahme. Könnt ihr euch überhaupt gegenseitig zu? Tag 3 startete mit einem überraschenden Geburtstag. Das Kleinkind alterte und ich dachte zu diesem Zeitpunkt, dass es nun leichter werden würde. Ich lag übrigens fatsch. Während ich mich für die Schule fertig machte, stritten Tane und eine seiner Mütter und seine Schwester heulte in meinem Bett. Und das war nur der Anfang. Ich wollte noch schnell meine Hausaufgaben machen, also kurz vor der ersten Stunde, wie es sich gehört, als das kleine Gör mir den Teppich versaute. Als ich sie höflich darum bat, das zu unterlassen, entbrannte ein heftiger Streit, wobei sich die Mütter einlischten. Daraufhin wollte ich nachsehen, wie lange sie noch vorhatten zu bleiben. Bis Samstag. Fast eine ganze Woche. Und dann fingen die schon wieder an. Ich war froh, als ich endlich in der Schule war, die auf magische Art und Weise über Nacht komplett renoviert wurde. Die Klassenkameraden und die Lehrerinnen blieben aber dieselben. Ich versuchte dennoch, zwischen den Stunden freundlich zu sein und Freunde zu finden. Zudem weite ich heute meinen Spind ein, den ich erst einmal dekorierte und aus dem ich mir praktischerweise einen Apfel snacken konnte. Etwas frisch machen konnte ich mich auch. Die Mittagspause war recht gesellig, doch Anschluss fand ich irgendwie nicht. Also ging es alleine zurück in die Klasse. Während ich auf die Lehrerin warte, suchte ich mir ein Teenagerbestreben aus, welches ich erfüllen möchte. Das ist nämlich eines meiner Aufgaben. Ich entschied mich für zielorientiert, da es einfach am besten zur Geschichte passt. Dazu brauchte ich eine außerschulische Aktivität. Ich grübelte und entschied mich schließlich für die Theater AG. Denn ich liebte Gesang und in mir wuchs der Wunsch, einmal Schauspielerin zu werden und in Musicals aufzutreten. Außerdem würden mich dann endlich andere Leute mögen, wenn ich eine reiche und berühmte Schauspielerin wäre, oder? Meine neu entdeckte Leidenschaft teilte ich natürlich direkt mit meiner Gastfamilie und auch meine Schauspielfähigkeit übte ich. Doch das wurde irgendwie nicht so ernst genommen. Tane fand die sogar eher zum Kotzen. Danke fürs Feedback. Konnte ich keine fünf Minuten ungestört im Badezimmer haben? Als ich dann mitten in der Nacht dann endlich ins Bett wollte, war das auch noch besetzt. Ich musste erst darum bitten, mir Platz in meinem eigenen Bett zu machen. Am nächsten Morgen versuchte ich noch etwas an meiner neuen Berufung zu üben. Doch zum einen wurde ich ständig gestört und dann fiel mir auch noch auf, dass ich über Nacht Akne gezüchtet hatte und dann prügelten sich die beiden Frauen. Mittlerweile konnte ich verstehen, warum sie aus ihrem alten Haus geschmissen wurden. Sie waren alle ständig nur am Streiten. Ich war froh, als ich endlich in der Schule war und dankbar, dass Tane und ich nicht in derselben Klasse waren. Waren wir überhaupt in der gleichen Schule? Vor dem Unterricht fand ich noch ein wenig Zeit, um an meiner Performance für die Theater AG zu üben. Ansonsten war der Schultag sehr ereignislos. Ich fand immer noch keine Freunde. Als ich abends dann von der Theater AG zurückkam und müde ins Bett fiel, fühlten sich meine Gäste davon nicht gestört. Freut mich, dass mein Schlaf eure laute Unterhaltung nicht behindert. Für mehr als ein Nickerchen hatte es dann also nicht gereicht und ich durfte dabei zusehen, bis ich einen Fuchs über mein Gemüse hermachte. Dann hatten wir eine kleine Westenplage, die zum Glück nicht in mich betraf und irgendwie ging alles einfach den Bach runter. Ach ja, und mein Bett war dann auch wieder besetzt, als ich dann wenigstens eine schöne Regenwasserdusche nehmen wollte, platzte Tane rein. Wenn du mich schon nackt siehst, lad mich wenigstens vorher zum Essen ein. Ich bat, meine Gäste im Haushalt zu helfen, doch bewirkte irgendwie das Gegenteil. Later entzündete ich den Kamin und sich selbst und ich fragte mich, wie kann man so blöd sein? Ich wunderte mich dann auch gar nicht erst, als ein Geist durchs Wohnzimmer schwebte und Toast in meinem Bett suchte. Alles lief super. Die halbe Nacht wurde gestritten, mein Apartment verunstaltet und mir ging es echt elend. Ich kam nicht zum Schlafen und auch die Hausaufgaben konnte ich nicht erledigen, weil ich mich nicht konzentrieren konnte. Nachdem ich mich übergeben hatte, ging es mir immerhin so weit in Ordnung, dass ich mich an Mathe setzen konnte. Und dann schickte mir Tane eine Nachricht. Er lud mich zu einer Übernachtungsparty ein. Äh, du wohnst gerade bei mir. Wo willst du übernachten? Und wenn du woanders pennen kannst, warum wohnt deine ganze Familie dann bei mir? Tane! Dem musste ich auf den Grund gehen und sagte zu. Aber Tane blieb und ich ging. Lange. Zwar erfüllten sich meine Bedürfnisse, doch was auch immer das für eine Party war, geschlafen hatte ich nicht. In der Schule war ich also todmüde und ich verbrachte jede unterrichtsfreie Minute damit, draußen im Starkregen auf einer harten Bank zu schlafen. Hatte ich übrigens erwähnt, dass heute Prüfungstag war? Es war die Hölle. Auch meine Mittagspause verbrachte ich auf der Bank. Und als zur letzten Prüfungsstunde die Lehrerin zu spät in die Klasse kam, nutzte ich die Gelegenheit, um die Tafel ein wenig zu verschönern. Natürlich hatte ich die Tür im Blick, falls sie zurückkommen sollte. Erwischt wurde ich zum Glück nicht, doch mein Prüfungsergebnis ließ zu wünschen übrig. Nach der Theater AG fühlte ich nur noch ins Bett, auch wenn ich mich fragte, warum sich meine Gäste so schick gemacht hatten. Haben die etwa eine Party geschmissen? In meinem Apartment? Ohne mich einzuladen? Tag 6 startete mit einem Bienenangriff. Nichts macht besser wach, als Dutzende kleiner, brennender Nadeln und eine Wohnzimmer-Joggingrunde. Tanes kleine Schwester hatte wohl über Nacht einen Glowdown und ist ohne ihre Textur aufgestanden. Dafür aber mit dem Tatendrang, den Hausflut zu verschönern. Ich versuchte, Herrin des Geschehens zu werden und wenigstens die Dusche wieder zum Laufen zu kriegen und eine Kleinigkeit zu essen zu zaubern. Denn durch mein angebautes Gemüse konnte ich immerhin einen Salat machen. Den freien Tag nutzend, lief ich durch das Viertel, um meine Ruhe vor diesem irren Haus zu haben und um etwas Ramsch zu sammeln, bis plötzlich die Erde wackelte. Ich dachte erst an ein Erdbeben, doch dann stürzte ein Feuerball vom Himmel. Ich wollte ihn vorsichtig anfassen und fing dabei selbst Feuer. Zum Glück konnte ich mich selbst löschen, während neue Gäste mir einfach beim Brennen zusahen. Aber sie hatten Obstkuchen dabei. Leute, ihr seid ein bisschen spät dran. Kommt ihr mit eurem ekligen Kuchen nicht eigentlich am ersten Tag? Als ich mich dann noch mit herunterregnenden Spinnen abgeben musste, startete dann das Begrüßungskomitee. Fünf Tage zu spät übrigens. In der Großstadt nahm war die Pünktlichkeit nicht so ernst. Die neuen Gäste sorgten für noch mehr Durcheinander im Apartment und ich hatte wieder keine Zeit zum Üben. Ich bemühte mich, wenigstens mit diesen Leuten Freundschaft zu schließen. Doch mein geerntetes Gemüse war wohl nicht mehr gut gewesen. Es sorgte für Durchfall. Ja, so habe ich auch geguckt, als ich erfahren habe, dass das bei Sims möglich ist. Leider ging es dann auch noch in die Hose. Was für ein beschissener Tag. Nach einer Dusche und einem kleinen Stäbchen war ich noch immer an die Toilette gefesselt und nicht mal dann hatte ich Ruhe. Tate platzte schon wieder rein. Nicht mal in Ruhe Pilzen essen kann man auf dem Klo. Immerhin ging es mir danach so weit wieder ganz gut, sodass ich mir den Schulball zutraute, der heute stattfinden sollte. Also wurde es Zeit, mein Kleid, welches ich extra dafür gekauft hatte, anzuprobieren. Äh... Zum einen sorgten die Pilze für erneute Darmregungen und zum anderen, was war das denn für ein Outfit? So konnte ich unmöglich zum Ball. Mir blieben noch zwei Stunden, um ein geeignetes Outfit zu finden und ich steckte zu viel Geld in zu hässliche Klamotten. Beim Schuba angekommen, hatte ich dann doch noch ein angemessenes Outfit gefunden und war ziemlich nervös. Immerhin war ich ohne Freunde da. Ich schöpfte mir mit der Hand erstmal Punsch in den Hals, um mich zu beruhigen. Ich trank viel, denn ich brauchte viel Beruhigung. Vor allem, weil sich mein Darm wieder meldete. Gerade als ich Tane sah und beschloss, ihn zum Klassenclown zu wählen, geschah mir wieder ein Missgeschick. Ah, das durfte doch nicht wahr sein. Ich setzte dennoch meinen Plan in die Tat um und machte mich dann im Badezimmer ein wenig frisch. Gerade rechtzeitig, denn als ich wieder rauskam, startete die Verkündung des Klassenclowns und der Ballkönigin. Und Tane hatte tatsächlich gewonnen. Ich versuchte mich zu amüsieren und wollte sogar mit ihm tanzen, doch ich wurde abgewiesen. Auch die Afterparty war ein Reinfall, denn niemand wechselte, auch nur ein Wort mit mir. Zu Hause angekommen, stellte ich fest, dass immerhin meine Gastfamilie inzwischen ausgezogen war. Doch, endlich. Ich ging kurz duschen und dann einfach nur schlafen. Was für ein Desaster. An Tag 7 war es sehr ungewohnt, wirklich mal ausschlafen zu können. Ich hatte es mir für heute zur Aufgabe gemacht, das Apartment aufzuräumen und die Spuren der Übernachtungsgäste zu beseitigen. Der diebische Fuchs leistete mir beim Putzen Gesellschaft und als ich wenigstens mit dem Säubern der Toilette fertig war, ging sie kaputt. Ich verbrachte den Tag also mit Reparieren, Putzen, Gartenpflege und Hausaufgaben. Sogar für die Theater AG konnte ich nun üben. Um meine Karriere ein wenig voranzutreiben, gönnte ich mir sogar eine Gitarre. Ich wollte unbedingt noch ein neues Hobby haben, welches mir Spaß brachte. Denn bisher war mein Leben hier nicht besonders spaßig. Apropos nicht spaßig. Zwar war ich meine lauten Übernachtungsgäste los, doch nun fing der Nachbar von gegenüber an mir auf den Sack zu gehen. Als ich ihn auf seine laute Musik ansprach und höflich darum war, sie leiser zu stellen, bekam ich nur eine frische Antwort. Rudi, du hast doch keine Ahnung von meinem Leben. Ein Like würde mir eine Menge bedeuten. Für dich ist es nur ein kleiner Klick, aber mir hilft es enorm. Und schreib mir mal bitte in die Kommentare, welche Grundstücksherausforderungen du am allernervigsten findest und warum. Die Nacht von Tag 8 verbrachte ich unten im Viertel, um Sammlerstücke zu sammeln. Bob, 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 ich liebe den Bob-Modus. Danach tauchte ich noch im Müllcontainer und verkaufte an den Krebel, den ich gefunden hatte. Ein weiteres Ziel ist nämlich, 20.000 Simoleon zu sparen, um mir ein Flugticket nach Delso Valley zu kaufen, weil ich dort ein neues Leben als Schauspielerin starten möchte. Natürlich erst nach meinem Schulabschluss. Das würde noch ein harter Weg bis dahin werden. Und als ich schlief, ist etwas geschehen. Über Nacht ist quasi mein ganzes Apartment kaputt gegangen. Daher startete Tag 9 höchst unentspannt. Es war 4 Uhr morgens und ich musste immer noch meine Hausaufgaben erledigen. Durch die Theater-AG hatte ich dafür nämlich kaum Zeit. Ich ignorierte den Zustand meiner Wohnung und kümmerte mich zunächst um meine Bedürfnisse. Denn ich wollte endlich eine bessere Schulnote. Und meine Laune spielte bei der Notenvergabe immerhin eine Rolle. Und weil ich meine Chancen höher schätzte, wenn ich sowohl den Schultag als auch den Karriere-Tag AFK verbringen würde, tat ich das auch. Und es funktionierte. Ich war endlich Einser-Schülerin. Nicht einmal das Erdbeben beim Hausaufgaben machen, konnte meine Laune heute trüben. Nach meinem miskulippen Präparationsversuch rief ich die Schule an, um mich für den folgenden Unterrichtstag zu entschuldigen. Ich brauchte Zeit, um mich um mein Apartment zu kümmern und um meine Pflanzenfreunde. Aber auch um das Waschbecken, die Dusche, die Toilette, das andere Waschbecken, den Herd, einen Powernap und ist da ein Baum gewachsen? Da ich die Nacht durchgemacht hatte, schlief ich den ganzen Tag bis zur Theater AG und als ich heimkam, suchte mich ein Bienenschwarm heim. Immerhin verbreiteten die keine Krankheiten. Oder doch? Vorsichtshalber einmal abduschen. Und warum schlief mein Nachbar im Flur? Egal, ich kümmerte mich weiter um mein Apartment, bis mein Kühlschrank ein Attentat auf mich plante. Erst grillte er mich und fing dann nochmal an zu brennen. Ich rief eilig die Feuerwehr, löschte den Brand als imantikierte Frau, dann aber doch alleine. Und die Feuerwehrmänner? Nun ja. Vielleicht hatte ich mich verwehlt und einen anderen Dienst gerufen. Vor lauter Aufregung verlor ich scheinbar meinen Verstand und fragte meinen verheirateten Nachbarn, ob er ein Baby mit mir machen möchte, welches er zum Glück deutlich ablehnte. Was war nur in mich gefahren? Am elften Tag hatte ich mein zweites Ziel erreicht und das Bestreben abgeschlossen. Ich musste aber feststellen, dass sich meine Pflanzen zurückgesetzt hatten. Ich musste dringend an mehr Geld kommen. Ich nahm also an einem Karaoke-Wettbewerb teil, die ich sogar gewann. Auch versuchte ich weitere Kontakte zu knüpfen und machte selbstbewusst meinen ersten Flirt-Versuch. Naja. Dafür hatte ich dann aber mehr Zeit, den Müllcontainer zu plündern. An Tag 12 verkaufte ich meine gefundenen Schätze und sie brachten mir eine Menge Geld ein. Nicht mehr lange und ich hätte meine 20.000 Simulien. Allerdings hatte ich auch nur noch zwei Tage Zeit und viel zu tun. Wieder ging alles in meinem Apartment kaputt und es regnete Feuerbälle, die einen Grundstücksbrand verursachten. Nach dem Löschen konnte ich immerhin einige Mineralien freiklopfen, die ich dann verkaufen konnte. Ich dachte, ich konnte den freien Tag dann wenigsten nutzen, um die Wohnung weniger tödlich zu machen. Doch es kam natürlich anders. Die Erde bebte und es kam der schlimmste Vulkanausbruch, den ich je gesehen hatte. Wer kennt ihn nicht, den Großstadt-Vulkan? Doch der Tag sollte sich noch zum Guten wenden. Ein Klassenkamerad lud mich auf das Romantik-Festival ein. Ich versuchte zu flirten und er ließ mich dann einfach stehen. Ich war irgendwie einfach kein sozialer Mensch. Ich nutzte aber immerhin die Gelegenheit, die Pflanzen vor Ort zu ernten und holte mir einen Rat vom Liebesguru, die mir immerhin eine schöne Prognose gab. Vielleicht war mein Liebesleben doch nicht so hoffnungslos, wie ich dachte. Tag 13 und wieder hatten die Kobolde zugeschlagen und das Apartment zerstört. Mittlerweile hatte ich Übung darin, alles Mögliche zu reparieren. Doch ich war froh, wenn ich hier bald ausziehen konnte. Es fehlten immer noch 2000 Simoleon für das Flugticket. Aber nur noch bis morgen durchhalten und dann, äh, nein, 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 nein! Nicht einen Tag vor meinem Geburtstag! Das darf nicht wahr sein! Äh, was für ein Albtraum. Zum Glück ist das nicht wirklich passiert. Dann machte ich mich mal ins Werk und bestellte für die Musikanlage lieber Mario. Ich ging lieber Containergeld verdienen. Der 14. Tag war endlich gekommen und ich hatte endlich das Geld zusammen. Gerade noch rechtzeitig. Es war also der letzte Tag in diesem furchtbaren Apartment und mein Geburtstag. Ich blieb Tane ein, um ihn zu fragen, ob er mir bei einer kleinen Geburtstags- Abschiedsparty helfen konnte. Und irgendwie kamen wir uns dadurch sogar ein wenig näher. Wir organisierten eine tolle Feier mit vielen Gästen und in mir entstanden romantische Gefühle. Tane und ich flirteten den ganzen Tag, auch wenn ich wusste, dass wir uns nach meinem Umzug wohl nicht mehr wiedersehen würden. Dennoch hatte ich einen Plan gefasst. Ich kannte Tane schon so lange und wir hatten viel durch. Ich wollte meine ersten romantischen Erfahrungen mit ihm sammeln. Doch vorher wurde es Zeit, die Kerzen auszupusten. Ich wurde zu jungen Erwachsenen und hatte einen Abschluss mit Auszeichnungen. Um das zu feiern, gönnte ich mir ein kleines Makeover. Kann mir übrigens jemand verraten, wie ich als junger Erwachsene die Akne wegbekomme? Nun konnte ich Tane küssen. Und irgendwie wurde aus dem Kuss auch mehr. Und damit ging mein Leben in Sanmai Shuno zu Ende. Meine Damen und Herren, willkommen zum Raum, wie fleißen zum Flug Norden 16 nach der Sovereign. Am Flugfall 37 Uhr vorlaufen. Wo bin ich?